Liebe MTPler, heute um Mitternacht endet die Amtszeit von Sebastian und mir als nationale Vorstände des MTP e.V. und die Amtszeit von unserem nationalen Team. Wir danken euch und allen anderen für eure Unterstützung und die geile Zeit. Wir freuen uns sehr und sind sehr stolz darauf, heute um Mitternacht an unsere Nachfolger Chris, Steffi und Lisa übergeben zu dürfen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch wiedersehen könnten, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet, beispielsweise auf der Wintergeschäftsstellenversammlung hier in Frankfurt. Liebe Grüße, euer Nochetv.